Wow, schon wieder Schnee. Schnee. Ja, heute fange ich an den Kurs für Betreuungsbegleitung aus Piz. Ehrenamtlich. Das geht jetzt so ein halbes Jahr, glaube ich. Und dann weiß man ein bisschen mehr darüber. Ja, ich freue mich total drauf. Ich bin mega müde. Ständig Seminare. Aber es ist total spannend. Ja, ich freue mich total auf heute. Mal schauen, wie das wird. Oh, habe ich vergessen zu sagen, bei der Joannina ist es. Gut, in Berlin natürlich. Ich bin jetzt zu früh gekommen, naja. Also es war sehr bewegend. Ich hätte nicht gedacht, dass mich auch so erwischt einmal, dass ich auch weinen muss. Sehr spannend. Sehr tiefgründig. Sehr gut gemacht. Ja, ich denke, ich werde eine Menge lernen. Ja. Super.